hey freunde und damit hallo und zurück zu einer neuen folge vigor ja und in dieser folge hatte ich jetzt sicher eine waffe dabei die ich bis jetzt noch nicht so oft bei hatte das ist die pps h 41 und die hat mal 71 schuss im magazin und denke dass das reicht auch für zwei so wie sie im titel steht ja schaut euch die folge mal an ist ganz lustig wie ich da über den zaun gekommen bin und einfach mal zwei leute durch das große magazin natürlich dann auch weg holen konnte ja und wenn es euch gefällt dann lasst doch gerne abo und ein leichter aktiviert die glocke um keine folge mehr zu verpassen und jetzt wünsche ich euch viel spaß danke freunde ja schlaf gut schöne grüße an also an sato und ja wieder auch gut schlafen ja vielleicht schläft sie ja schon wo die ist ganz schön und jetzt ein ganz schön großes fragen kreuz also scheiße eh hast du nur kleine ding damit oder was das ist nicht klein das ist schon ein großes ding ja genau ich glaube wenn du liegst hast du relativ jaja wenn du liegst also wäre gut wenn die sich vorher treffen würden ja sich ein bisschen dezimieren das wäre echt praktisch guck mal nein nadine du warst das ja so schönartig eben ich gebe mir echt mühe meine kontenanz zu bewahren ja genau ja eigentlich je nachdem warum bist du jetzt dahinten noch mal schon wieder du markierst ich glaube vor und jetzt sagst du gleich pass auf na weil hier doch welche deswegen kannst du soll ich erwachsen dastehen da muss man sagen dass erwartet aber lang aber am ende bin ich dann hier gegen drei leute da muss doch sagen dass du nicht weiter gehst das guckst ja krone richten und weiter aber ich hab dir noch zu zweit die krone runter ah die ist festgeklebt die brillanten nicht verlieren und jetzt frag mich mal ich bin jetzt hier ich bin jetzt gleich bei der beim verbarrikadierten weil mein pass schießt mich jeder von oben ab hier genau hier bin ich mir vorhin auch gestorben das ist dein ernst hinter mir hier auf unserer seite parkplatz ja die sind hier ich komme langsam ich höre welche schön an der dreier team zu sein die sind aber Richtung süden hier die anderen wahrscheinlich hier bei mir im haus wie sagt genau hier bei mir die laufen hier unten am zaun lang pass auf ja die sind bei mir ja alle drei haben sie dich sehr schön ich habe die anderen drei äh anderen zwei ja jetzt müssen noch ein dreier team hier sein schnell hier und drinnen drinnen an hier boah wird gerade versetzt also ich habe auch meine leute gelootet hier oh die haben scanner weiter naja scannen wir hier noch die sind hier drüben wo ich habe einen pingel gesetzt ah ok moment warte mal jetzt muss ich überlegen ob ich doch eine andere waffe jetzt nicht habe wenn die bestimmt rüber kommen wollen obwohl die jetzt gut war aber ob es runter kommen würde gut war aber ich habe zu wenig munition obwohl ich auch nicht mehr viel scheiße die schießt auf weitere entfernen hast du dann auch noch einen ah ich habe auch zwei scanner noch ja war geil mario ne die sind immer noch da du solltest noch nicht jetzt gleich scannen ich habe noch einen Hm. Hm. Ja, die... Ja, danke schön, der auch. Hey, Kim. Kim, wie geht's dir? Lass dich nicht töten. Wo sind die ungefähr? Ungefähr, circa. Nur ungefähr. Alles klar. Okay. Ich hätt's mal sagen... Da drüben irgendwo. Ich hab's wirklich nicht gewusst, wie das ist. Irgendwo da drüben. Aber ich seh's noch nicht. Oder unten? Ah, hier ist einer davor. Und einer auf dem Dach da hinten. Können wir's sehen. Da war eigentlich ein Dreiertchen drin. Was ist denn da? Nee, der ist da hinten, nach hinten im Gelben gelaufen jetzt. Ist aber nicht, wo der andere ist. Wer ist hier? Ja, Lena. Ja. Ja. Warum ich will den Drops haben. Oh, wohl gerade voll versetzt. Ja, hol mal ganz kurz. Wo geht's denn raus? Nach oben müssen wir raus. Na, aus. Ja, kommen wir den Drops jetzt nicht, die aimen das Ding ab. Ja. Na gut. Wo bist du jetzt da? Wo war es? Ah, da hinten. Der ist irgendwo hier hinten. Äh, Mist. Was? Wow, du weißt noch meinen Namen. Bin beeindruckt. Mir geht das gut. Konzentriere ich erstmal auf die Runde. Da hinten irgendwo. Haha. Ja, ich weiß seinen Namen. Hä? Was ist der? Irgendwo da. Aber ich seh ihn nicht. Läufst du hier? Also ich bin gerade die Rand hier rüber. Ja. Sag mir das immer, wenn du läufst. Okay, ich laufe. Die Frage ist, ich laufe. Ähm, lenkt der nur ab, dass der andere Typ einfach über das Wasser kommen kann? Wahrscheinlich schon. Oben aufs Fenster. Nee. Bei mir kommt er. Ichke. Ach du bist zu? Der darf nicht rennen. Ah, alter. Ja komm. Warte mal, der ist da hinten. Ja komm, rennen wir raus. Scheiß drauf. Äh, die Zone kommt gleich. Auf zwei raus. Das bringt ja nichts. Das ist die... Komm raus. Na gut. Gio gar nicht auf den anderen. Der ist da so lange höher. Der hat den Regen oben gemacht. Und sieht aus, dass sich nicht mehr bewegt. Der bewegt sich gar nicht mehr. Wenn du nämlich nicht sagst. Das ist das... Ich hab immer darauf gewartet, dass... Das inner unserem rennt. Deswegen, wenn du dann los hier ran bist, dann hab ich immer Aufwertung zu zielen auf den. Weil du dann hier ran bist. Deswegen musst du mir vorher sagen, dass du los rennst. Rennen los. Ja, ja. Jetzt ist mir egal. Kann ich kurz nach den Drops gucken? Das ist mir egal. Mach das doch. Ich hole mir nicht, weil... Ich will eine weiße Kiste jetzt noch sterben. Ich hab zwei gute Waffen gekriegt. Eine VSS und eine Herbert. Koffelstorbs. Der geht ran. Natürlich. Kommst du schon, der Dattache? Juhu. Jetzt ist er PENG. Tot. Ja, das kann passieren. Weil wir wissen, wir haben ja... Ich hab ja noch zwei gesehen, wo der dritte ist, ist ja die Frage. Der kann auch tatsächlich auch bei mir sein hier, ne? Schon. Ja. Ich kann schon schön warten. Am Ausgang. Und dich in Empfang nehmen. Ich steh. Der nimmt doch hoffentlich dich in Empfang und ich nicht. Ja, Koffel nimmt dich in Empfang. Und sagt... Das ist wie bei Häkeln. Ihn fallen lassen und er darf durch. Oder wie was? Das wird sehr gut. Der Mut muss belohnt werden. Find ich, oh. Abhauen kann ja jeder. Das ist doch nicht abhauen. Sondern? Äh, nicht abhauen halt. Ah, die wollten nur den Beschwerden-Container, die schießen den Blutten-Container hoch. Die hätten sie ja haben können. Mach doch nächstes mal ein Schild. Den Container könnt ihr haben. Oder ruf rüber. Die wollen wir gar nicht. Die wollen wir gar nicht. Hinter dem Stein kommt das Schild hoch. Container könnt ihr haben. Schön mit Handschrift drüber geschrieben. Schenken wir euch. Ach geil. Und und unten an. Und dann auf definieren. Stimm im Village.